Du lächelst ein halbes Leben lang. Du lächelst in den meisten Momenten, so fühlt es sich an. Du lächelst sogar, wenn dich im Gang jemand anrempelt. Du hast es einem Freund erzählt. Er sagt, es wäre vermutlich einfacher, wenn du eine Frau wärst. Und deshalb lächelst du die andere Hälfte der Zeit nicht. Zu Beginn bist du dir nicht sicher, ob sie es ist. Das Mädchen von früher. Das Mädchen aus dieser einen Nacht, von der dein Vater dir verboten hat, jemals wieder zu sprechen. Die Nacht, in der ihr sie dem Tod entreißt. Und als sie dich anspricht, ob du sie ins Bang Bang begleiten willst, weil da nur Paare rein dürfen, gerät deine Welt aus den Fugen. Was in deinem Leben verwandelte bloß den Beziehungsreichtum der Kindheit in die Ordnung der Erwachsenen. Wofür wir uns schämen, ist eine Geschichte über Bleistifte, Beziehungen und die Befreiung. Ich bin's starke Spины. Das Mädchen von früher. Untertitelung des ZDF, 2020